wie das ist nicht so erlaubt ist das zu zeigen weil das gefährlich so lieber zuschauer unserer challenge unserer hotchip challenge schön grüße reihan und zio ich weiß nicht ob sie jetzt gerade wach ist oder glaube ich nicht egal also danke für liking das video so wir probieren es zusammen ich bin auch gerade am filmen auf die andere kamera das ist unsere challenge jetzt ja natürlich ich bin in tunisien und ich habe noch keine tunisien gesehen der das geschafft hat wahrscheinlich die sind nicht in tunesien geboren oder keine ahnung also danke für liking reihan dankeschön vielen tank also wir machen zusammen auf und ich esse das und dann habe ich meinen sieg auch dabei habe ich ja ja ich habe es dann verdient meine flagge ist runter jawohl wir machen zusammen auf und dann gucke ich ob ich meinen sieg verdient habe so dann stelle ich das an die seite und wir machen es zusammen auf ja meine tochter guckt zu und sie denkt dass ich das nicht schärfe auch meine frau auf sie sagte er denkt das ist nur schärfe ich weiß wirklich nicht was ich damals gegessen habe war was anderes amerikanisch meine tochter hat es mitgebracht ja also und dann wir gucken bin ich der king oder nicht zusammen machen wir auf ja und ich mache mal ein bisschen die kamera hier dabei dass die auch sieht so danke 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 ja daher tun es erste tunisier der das schafft wahrscheinlich ja so hi ich mache es zusammen auf ich mache es zusammen auf das ist ja komplett zu das so hier dieser film das so hier dieser film so wir machen es hier langsam auf viele die die reisen das irgendwie aber ich habe viele videos gesehen danke für liking reihe ich komm danke schön danke für liking ja ja daher tun es erste tunisier der das schafft wahrscheinlich ja so hi also die übertreiben weißt du ich bin geboren in den walt al-qibli hriesa ist meine heimat ich bin der sieger es bin number one so das ist kein fake viele die machen es auf und die machen irgendwas anderes dass man nicht richtig sieht ob die das tatsächlich was original gegessen haben oder nicht so lieber zuschauer ich mache es auf ja ich lasse es hier wir haben hier ein buch da kann man lesen danach und wir haben handschuhe also tatsächlich ich habe meine zunge nur hier der packung und es bringt jetzt schon meine zunge ist ich schwöre so ja 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 tatsächlich das ist scharf ja also der packung das noch nicht offen ne und das scharf so handschuhe ja da steht ripp 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 das ist für wegen pussis aber nicht für mich so liebe zuschauer wir öffnen zusammen wir machen es auf und wir gucken schaffe ich schaffe ich nicht bin ich der erste tunisier der wirklich sagt ey was seid ihr für pussis oder sage ich brutal bruder so wir sagen 1 2 3 und jetzt also geschmack hier ja ja ich habe es noch nicht runter geschnuppt es ist scharf ja es ist scharf scharf aber scharf ja schluck auf ich erzähle zusammen ich muss die 5 minuten schaffen scharf ja schluck auf das problem da ist tatsächlich mein ohr mein ohr danke danke ich muss 5 minuten schluck auf scharf ja scharf ja scharf aber ja wir schaffen das wir schaffen das mein Augen ich bin auf Tränen wow das Schaf das Schaf ja Baby Schaf, ehrlich ja ich schaff das verdient meine Nase läuft und tröpft meine Augen brennen danke ja ja Baby ja mittlerweile ja Baby ja Baby ja Baby ja Baby ja Eichig, Eichig Es brennt Es gefühl Mein Bein werden taub Wallah Auge Danke für Leiking, Danke Brutal Das ist, ich habe viele scharfe Zeug in meinem Leben gegessen, aber das da Es ist nicht normal Ich habe kein Gefühl mehr in meinem Gesicht Wallah Es brennt Wow Danke für Leiking Das ist brutal Also ich sage euch In eineinhalb Minuten habe ich dann die fünf Minuten geschafft Dann bin ich der erste Tunesier Da das geschafft hat Fünf Minuten Ohne was zu essen oder trinken Ach Jawohl Ach ja Ach ja In einer Minute In einer Minute In einer Minute Jawohl Tunesien Jawohl In einer Minute 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 In einer Minute